Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Freitag, den 27. April. Heute dabei Revolut, YouTube Kids, Snapchat, iTunes und Pokémon Go. Beginnen tun wir mit Revolut. Das ist eine Banking-App, die auch bei uns im Geek Talk sehr beliebt ist. Und die haben jetzt eine neue Finanzierungsrunde in Höhe von 250 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Das Londoner Fintech hat damit nun letztendlich eine Bewertung von 1,7 Milliarden US-Dollar. Also damit ist es definitiv ein Einhorn, wie man so schön sagt in der Start-up-Szene. Aber damit sind die auch gut gerüstet für den Kampf gegen N26 und auch für den Markteintritt in die USA, den sie anstreben. Das Start-up Revolut gibt es seit 2015, also zumindest gehen sie jetzt schon ins dritte Jahr. Und was ich ganz spannend finde, man kann mit der App nicht nur verschiedene Währungskunden führen, sondern auch in Kryptowährung umtauschen und das meiste von allem auch sogar gebührenfrei. Guti, mal gucken, was sie mit dem Geld jetzt machen. Was Google mit seinem Geld macht, ist unter anderem YouTube Kids. Und YouTube Kids ist, wie den Namen schon sagt, YouTube für Kinder mit ein bisschen mehr Kontrolle für die Eltern. Und die bekommen jetzt noch mehr Kontrolle in YouTube Kids. Denn Eltern können demnächst einzelne Videos oder Kanäle freigeben. Also wenn man sagt, das ist in Ordnung für mein Kind zu gucken, dann gebe ich dem Kind halt den entsprechenden Kanal in YouTube Kids frei. Und dann kann er gucken. Es gibt noch mehr Funktionen, die eingeführt werden. Es gibt auch Sammlungen. Da wird von YouTube und auch von Partnern verschiedene Videos gesammelt und angezeigt und somit Eltern eine kleine Hilfestellung gegeben, damit sie schneller und besser Inhalte finden, die für Kinder geeignet sind. Gute Sache. Und ja, ich habe ja keine Kinder, aber vielleicht guckt der Martin sich das nochmal genauer an. Und gestern schon drüber geredet und heute ist es dann in Anführungsstrichen auch Wahrheit. Snapchat hat die neuen Spectacles vorgestellt. Die Spectacles V2 kommen auch mit dem erwarteten höheren Preis in den Markt. Also in Amerika kosten die Dinger ohne Steuer 150 Dollar und das war vorher ja 130 Dollar. Ansonsten sehen sie erstmal wie die alten Spectacles aus. Sind ein bisschen dünner, haben auch keinen gelben Ring mehr, sondern einen grauen Ring. Also man erkennt die Kamera nicht mehr so direkt. Das Case ist auch ein bisschen kleiner. Alles ist ein bisschen performanter und besser gemacht. Also ein richtiges V2 Produkt. Videos können jetzt auch besser aufgenommen werden. Fotos können auch aufgemacht, nicht aufgemacht, sondern Fotos können auch gemacht werden. Das war auch neu und das wird die alten Spectacles in einem Firmware-Update auch noch bekommen. Und das Beste noch, das Synchronisieren zwischen der Brille und dem Smartphone geht nun auch schneller. Das hat mich zum Beispiel auch immer relativ genervt. Ja, gucken wir es uns mal an. Ich glaube, ich bin da durchaus dabei. Und dann gibt es vielleicht auch einen Test hier im Poughkeepsie-Netzwerk. Nächstes Thema. Apple iTunes. Die sind jetzt auch endlich im Windows-Store verfügbar. Das war schon lange angekündigt und jetzt ist es soweit. Windows-Nutzer können auch iTunes benutzen. Ob man das unbedingt braucht, steht mal auf einem ganz anderen Blatt. Aber die Software ist durch den Windows-Store natürlich auch kompatibel für Windows 10 S. Denn dort können ja nur Apps ausgeführt werden, die im Store sind. Also, wenn ihr es braucht, guckt es euch mal an. Ja, wie gesagt. Und das letzte Thema für heute ist Pokémon Go. Ende des Monats, neuer Monat beginnt, gibt es auch wieder Änderungen in Pokémon Go. Und zwar die Feldforschungsaufgaben. Die wurden ja erst eingeführt und da kommen jetzt neue hinzu. Und gleichzeitig ändert sich die Belohnung. Ein neuer legendäres, ein neuer legendärer Vogel, wollte ich sagen. Also ein legendäres Pokémon der Vogelart. Der Zapdos, der steht dann im nächsten Monat zur Verfügung als Belohnung, wenn man sieben Tage in Folge so eine Feldforschung durchführt. Die ganzen Sachen werden freigeschaltet am 1. Mai um 22 Uhr. Das ist ja immer die deutsche Zeit für Pokémon-Änderungen und Releases. Und ja, dann kann man damit spielen. Ja, und das war es dann auch schon für diese Woche, diesen Freitag. Ich hoffe, ihr kommt gut in den letzten Tag. Und habt ein schönes Wochenende. Und der Martin wird euch dann ab Montag wieder versorgen mit News. Ich bin in Berlin auf der Republika. Wenn ihr auch da seid, könnt ihr mal Hallo sagen. Bis dann. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.